Der Kreaturen-Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Tom Hillenbrandt, Schriftsteller. Das goldene Löwenäffchen. Bankraub, Goldraub, Kunstraub. Kennt man alles. Aber wer weiß schon, dass es auch Zooräuber gibt. Zooräuber sind ganz besonders niederträchtige Subjekte, denn sie rauben zum Beispiel goldene Löwenäffchen. Diese sind zwar nicht aus Gold, sondern verdanken ihren Namen der charakteristischen Frisur, die sie mit den berühmten männlichen Großkatzen teilen, einer goldenen Mähne also, aber auf dem Schwarzmarkt für exotische Tiere sind sie offenbar Gold wert. Immer wieder wurden goldene Löwenäffchen aus Zoos gestohlen, vor fünf Jahren aus dem Zoo in Krefeld, wo eine ganze Löwenäffchen-Kleinfamilie verschleppt wurde und danach nie wieder aufgetaucht ist. Das ist nicht nur traurig für den Zoo und die gestohlenen Tiere, sondern auch ein Desaster für den Artenschutz. Löwenäffchen sind selten und vom Aussterben bedroht und bei einer bedrohten Tierart wird durch jedes einzelne fehlende Individuum die genetische Vielfalt der Population reduziert, welche für den Arterhalt so bedeutend ist. Für die kleinen Löwenäffchen gilt dieses Problem ganz besonders, sogar in freier Wildbahn. Goldene Löwenäffchen wohnen ausschließlich in tropischen Regenwäldern im südöstlichen Brasilien, vor allem im Bundesstaat Rio de Janeiro. Ein kleiner Lebensraum und dann noch einer, der auch von Menschen besiedelt wird, das ist immer eine ungünstige Kombination. Es bedeutet nämlich nicht nur, dass viel Platz verloren geht, sondern vor allem auch, dass der Raum, der den Tieren dann noch bleibt, durch Straßen, Siedlungen und Landwirtschaft in kleine Fetzen auseinandergerissen ist. Fragmentierung nennt man das. Und in diesen verkleinerten, fragmentierten Gebieten kommt es dann eben schnell zu Inzucht, die sich auf die Gesundheit der Tiere auswirkt. Und zwar nicht positiv. Tatsächlich war es vor allem die gezielte und gut koordinierte Nachzucht in zoologischen Gärten mit erfolgreicher, anschließender Wiederauswilderung in den 90er Jahren, durch die das komplette Verschwinden der Löwenäffchen gerade ebenso verhindert werden konnte. Ihre Zahl in der brasilianischen Wildnis liegt aktuell wieder im vierstelligen Bereich, immerhin. Zusätzlich leben einige hundert Exemplare in verschiedenen zoologischen Gärten weltweit, die rechtlich dem Staat Brasilien gehören. Wie alle Tierarten in wissenschaftlich geführten Zoos werden sie wie eine zusammenhängende Population behandelt und regelmäßig zwischen den Zoos ausgetauscht, um Inzucht zu vermeiden. Bei Menschen beliebt sind goldene Löwenäffchen natürlich auch deshalb, weil sie so hübsch anzusehen sind, mit ihrem seidigen Fell in leuchtendem Gold-Orange und der besagten goldenen Mähne ums putzige kleine Gesicht herum. Um die 30 Zentimeter messen sie von Kopf bis Rumpf und als Krallenaffen haben sie an Händen und Füßen nicht Nägel wie die meisten anderen Affen, sondern eben Krallen, mit denen sie besonders Behände an Baumstämmen entlang klettern können, auch kopfüber von oben nach unten. Ihren Nachwuchs, meist Zwillinge, ziehen die Tiere in der Familie gemeinschaftlich auf, vor allem aber nehmen sich die Väter selbstverständlich ihre Elternzeit und tragen die Kleinen ausführlich mit sich herum. Sympathisch und fortschrittlich sind sie also auch noch. Solche freundlichen Wesen zu kidnappen oder kidnappen zu lassen, sie illegal fair oder anzukaufen und damit ihren Fortbestand zu gefährden, so ein Programm kann von uns aus gern vollständig und für alle Zeit gecancelt werden. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Ulrike Sterblich Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org Citizen Conservation www.citizen-cons righteousness Thiessen highways entre sie HDu Spiel ship anter Est Jersey Remember Today indeer